Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WOTR. Heute sind wir zusammen mit Frank unterwegs. Das ganze auf seinem UI und auf der Karte Flugplatz. Sein Team ist glaube ich etwas besser aufgestellt wie das Gegner-Team. Muss nicht sein, kann sein. Auf alle Fälle ist er mit hier. Aber das hat mit dem UI eigentlich nicht viel zu heißen. Oder mit dem KV2. Dadurch dass du HE schießt. Mal schauen was er machen kann. Auf die heavy Flanke scheint auf alle Fälle niemand weiter zu gehen außer er. Schon mal eigentlich nicht so gut. Weil du hast dann halt kein Backup. So und das hat das Gegner-Team auch relativ schnell realisiert. Und pusht hier gleich durch. Gleich vorne ran. IS fährt jetzt schön hoch. Auf seine Seite vom Ball kommen. Schöner Treffer auf die IS. Schöner Treffer auf die IS. Rückseite vom Ball. Auch wenn du hier ein Problem geschaut hast. Was ist das für ein Gehen? So. Ich will jetzt den KV3 angehen. Hat auch nicht mal geschaut. Schmatzt hier schön an der KV3 rum. KV3 will ich auch nicht mehr. Ketterschuss war jetzt nicht so gut. Der wurde getrosselt. Sie kann jeden Moment reißen. KV3 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 und die Großkalibermedaille 3.053 Schaden gemacht, 3 Kills definitiv den meisten Schaden den meisten Erfahrungspunkte 51.000 plus mit Premium und das Ganze in 7 Minuten 29 Sekunden schöne Runde vom Fränky wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal